so eine wunderschöne gute nacht oder guten abend guten abend sagt man das jetzt wenn man sagt auch guten abend selbst wenn es um wenn es um zwei nachts ist oder wenn man jemanden begrüßt es ist uns erläusig ist er jetzt eigentlich sauer dass wir seine pläne versaut haben wenn er müsste verhaftet sein oder ja es ist sehr schade dass das spiel in der hinsicht nicht so viel reagiert so gut wir müssen dann mal kurz zur unterkunft von des sardes zurück um denn zu schnell reisen nach neue sirene was glaube ich ewigkeiten lange dauern wird und muss hier und dann rechts bei der eventierung in diesem ort ist so naja bestenfalls schlecht guck mal eine kiste schon nur welchen krepp drin aber besser ist nichts ich sage immer moin ja das ist natürlich sehr nordisch von dir stoff aber das kann ich nicht rasten reisen rasten und reisen ist die begriffe sind aber einander so ich will noch neues zu reden hafen würde ja dann würde ich anscheinend verraten würde judy können wir bei der guten gelegenheit noch mal ein bisschen zeug verticken rucke 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 so claymore des kardinals gerade aber können auch keine neuen sachen kaufen aber mittlerweile echt viel lila zeug gibt es ja nicht noch ne ja es gibt nichts was keine ausdauer braucht ne weil ich hätte gerne in den niedern gegenstand der der keine ausdauer benötigt aber irgendwie ist es anscheinend nicht nicht möglich so antiker verzitter held da muss ich eigentlich mal kurz gucken ob der von einem meiner begleiter nicht besser ist äh was haben wir hier noch der priesterheilwand das kann weg würde ich sagen seemannhandschuhe priester donigardhandschuhe die finde ich auch irgendwie öfter also immerhin finden wir ziemlich viele priester die oh guck mal diese kleinen heiligen wo kommen die denn her äh immerhin finden wir ziemlich viele gegenstände die irgendwie thematisch passen ne ich finde das ja nicht ganz gut ich müsste schon mal beraten sie könnte ich bestimmt auch zigtausend zeug verkaufen dann schauen wir mal kurz wegen dem helm noch so ich habe jetzt einen lederspitzt drauf warte mal der antike helm ja der hier ist einfach nur besser ne dann nehmen wir den hier aber wahrscheinlich nehme ich Afra mehr mit als ihn ne warte mal dann hältst du den Helm wieder ab Afra kann auch mit dem Helm auch ne menge anfangen die sind zwar irgendwie nicht so cool aus der antike Helm weil er halt antik ist und sie kann eh keinen Hut tragen Kurt Kurt hat bereits sein Helm war auch schlechter war glaube ich gerade tatsächlich der beste Helm den ich jemals gesehen hab aber Vasco kann tatsächlich auch den Helm tragen ja dann nimmt er den jetzt sieht es halt total dämlich aus aber was willst du machen ne ja mein Hut da erhöht die Chancen auf Beut ist das nicht total toll kann sich auch da können wir auch gar nicht wirklich so richtig viel ändern ne selbst naja jetzt hier ist Stiefel ich hätte vielleicht die anderen Stiefel die ich würde vielleicht nicht mal die blauen Stiefel das ganze Zeug nicht verkaufen sondern lieber mal mal gucken ob meine restlichen Begleiter nicht noch was tolles anfangen können gut übrigens dass die gute Frau Admiral auch nie pennt ne guten Tag ich habe alles erledigt also ja also der Konflikt mit den Extremisten ich habe das Problem in San Mateus einige von deinen Männer wurden durch die Ordo Luminis die missguidede Brüder planen um die Porte zu attacken ich habe sie verabschiedet sie sollten nicht mehr ein Gefahr zu sein die Ordo dachte ich, dass du die Heretiker zu sein wegen deiner Tradition der Sekretär die Sekretär sie oft beitragen die sie also ich werde dir noch etwas zeigen wir haben diese Islande fast zwei Jahre ein paar Jahre später ein paar Jahre später wir haben diese Islanden für Ihre Nationen von Merchants dann unsere closesten Allies wir haben ein paar Lunds Männer und Merchandise sie begonnen zu colonize die Islande die Lunds die Lunds sie sich selbst zu haben eine tyrannische Natur und begonnen zu explodieren die Lande mit einer furchtenden Willen. Ihre Aktionen provokten eine Revolte von den Natives, aber auch die sehr Arbeitskräfte und Künstleren sie mit ihnen gebracht haben. Die Magik der Natives von Tirfredi war wunderschön. Beasts kamen aus den woods und verlorgen die neue Stadt. Nur ein paar Läden und Armeer konnten es zurückkommen zu unseren Schiffen. Die Verlust waren enorm. Die Verlust verlorgen. Die Verlust verlorgen. Ihre Prinzen haben uns gut geholfen, um ihre Geheimnisse zu halten. Sie haben weiteres Verlust gemacht. Du bist, in Wahrheit, ein Produkt eines von ihnen. Was hast du gesagt? Du hast keine Angst. Du bist ein Kind von einer Natives. Du warst auf einer unserer Lande. Ein Kind von einer Islander? Aber ich weiß, wer meine Mutter ist. Und... Ich verstehe, wie schwierig das zu hören ist. Und ich weiß nicht, warum deine Familie das von dir hat. In der Endeffektion, wir besuchen, die Verlust verlorgen. 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 Und hier bist du wieder. Ich bin... Entschuldigung. Für den Schock, die dir gemacht hast. Du hast mich gefragt. Und jetzt hast du es. Oh. Also... I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe. That for all this time, I've been fed lies. They're constantly know. I must... I must go and see him. My child. I understand, that this revelation is upsetting. I... I wish I had the right words to comfort you. In any case, you do not have to be ashamed of your ancestry. This island is at the very core of all our fate. In 200 Jahren entdeckt. Äh... Und haben dann irgendwie nach einem Jahrzehnt oder so... Haben sie das... Haben sie die Koordinaten an irgendwelche Handelskongregation-Typen verkauft. Damals ihre engsten Verbündeten. Und... Das hat zu dem Problem geführt... Wo ist das diese Rampe hier gibt? Dass sich herausgestellt hat, dass die Lords, die sie rübertransportiert haben, üble dran waren. Und am Ende haben sich sowohl die Arbeiter als auch die Eingeborenen gegen sie gewandt. Die Verluste waren absolut verheerend. Und das war eine... War ein großer Verlust der Ehre. Aber die Händler-Kongregation hat weiterhin, äh... Noch kleine Expeditionstruppen rausgeschickt. Auf die Insel. Und wir sind tatsächlich das Ergebnis einer dieser Expeditionen. Äh... Weil wir wurden... Sind das Kind einer Eingeborenen. Und wurden auf einen der Schriften geboren. Was interessant ist, weil da sind wir sowohl bei den Eingeborenen, bei der Händler-Kongregation Und bei den Nauten. Weil... Weil... So gesehen sind wir quasi damit ein Geschenk der See, oder nicht? Warum das jetzt nicht aktiv geworden ist, keine Ahnung. Aber... An und für sich sind wir... Sind wir doch damit... Laut der Regel der Nauten müssten wir doch eigentlich zu denen gehören. Wahrscheinlich ist die Händler-Kongregation gut genug darin, da das raus zu kommentieren... Äh... Argumentieren. Und das zu machen. Ein bisschen schade, dass ich sie auch nicht bei hatte gerade. Weil... Hätte ich vielleicht aus deren Reaktion rausgekriegt, weil Petrus meinte so... Naja... Dann bist du jetzt bestimmt äh... Ziemlich sauer, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Also... Wieso nicht, will ich dir sagen? So... Schönen Tag noch. So... äh... Geil eine Gruppe zusammenstellen. Nehmen wir mal Petrus wieder weg. Der hat... Nein... 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 Wohl... Wahrscheinlich geht's ihm jetzt gleich noch schlechter, ne? Wie heißt denn das Ding? Das Geheimnis des Prinzen. Naja gut. Dann hab ich ja mal gespannt, äh... In diesem Folge ist schon ein Geheimnis, ne? Naja gut. Äh... Ob unser guter Konstantin was darüber gewusst hat. Ich meine, das ist an sich haben wir ihm bis jetzt immer sehr gut und willig gediehen, ne? Aber das ist... Mal gucken. Vor allem warum das ein Geheimnis ist. Weil wir kennen ja angeblich unsere Mutter. Wir haben ja so noch Tschüss gesagt. Aber... Oder auch nicht. Cousin! Du konntest nicht einen besseren Zeit holen. Ich bin mit Jitters... wie ein Katt auf einem Mittagsschraub. Was wirst du mit so einer Antizipation erwartet? Ich habe dein Geheimnis. Du siehst? Ich habe einen von diesen Krönen gesammelt. Er hat mich überprüfen, für eine Stunde. Ich habe nur noch nie einen Geheimnis gesammelt. Aber ich habe das geheimnis geheimnis. Ich liebe diese kleine Knife. Und dann? Der Venerable Doktor, was ist der Verdikt? Der Blut ist nack. Konstantin! Ist das dein Blut? Konstantin, answer mir! Konstantin! Konstantin! Stay with me! Konstantin! If there is a chance that he is in error, it might be something else. I'm going to die. No! No! Konstantin! I will die! Like your mother! And the others! On the continent! I... I'm dying! I don't want to die! I don't want to die! Not so soon! It's so good! C-Cousin! I... I don't want... Konstantin! I'm here! Pull yourself together! Out! Everyone out! It's an order! Thank you! Cousin! There now! Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. So afraid... I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, please. Whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Noughts discovered it some two centuries ago, and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat, and paid the Noughts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Noughts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... That means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God! I... I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt! What is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, your highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell- Silence! We have little time and not to lose. Kurt! What are you talking about? The commander of the coin guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the three cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness! How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counsellors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, your highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where to find your conspirators? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his three lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off the heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We better be off. Now. Hey, let's go. ... ... ... ... ... ... ... So, also, das fangen wir von vorne an. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so nichts nochmal laden möchte und die anderen Hauptquiz erstmal zu Ende spiele oder zumindest weitermache, weil es ist gerade richtig viel passiert und es fühlt sich irgendwie gerade so an, als wären wir jetzt vor kurzem ins Mitschrik-Late-Game gekommen. Obwohl, ne, wahrscheinlich eher ins Mit-Game. Also, als wir reinkommen, hat uns Alokanzler komplett überspringlich erzählt, dass er einen der Rabenmaskentypen jetzt mal sein Blut abnehmen lassen und untersuchen lassen kann. Und dann hat er es hochgezeigt und das Blut ist schwarz, das heißt anscheinend, man hat den Malikor. Wir haben mal ein bisschen versprochen, dass wir die Heilung auf jeden Fall haben. Und dann ist Olle Konstantin komplett ausgerastet und hat gesagt, seine Mutter haben wir auch versprochen, das Blut zu haben und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Naja. Und dann sind wir halt mit der Geschichte umhergekommen, dass wir anscheinend vielleicht doch nicht so geboren sind. Und das alles eine Lüge war, dass wir nicht wirklich vom Hof stammen, aber wir wissen nicht so richtig, warum. Und Olle Konstantin ist auch nicht so richtig begeistert von der ganzen Lüge, er wusste davon nämlich nichts. Und dabei sind wir immer noch sein Cousin, weil wir die einzige Person, die sich richtig um uns gekümmert haben. Und dann kommt gleich der nächste Schlacht, dass Olle Kurt reinkam mit seinen Leuten komplett überraschend und er sagt, hier wird ein großer Startstrech vorbereitet. Das wussten wir aber eigentlich schon, weil wir haben ja auf Kurt seine Quest komplett bis zum Ende durchgebracht. Und verstehen die so richtig, warum das jetzt auf einmal so eine komische Überraschung ist. Und dass eigentlich Kurt mit bei den Mitverschwörern mit dabei sein soll, obwohl wir eigentlich alles gemacht haben mit der Nacht und mit der nächtlichen Garde und alles, was jetzt ein bisschen komisch so gelaufen ist. Naja und auf jeden Fall, dass sie irgendwie erwarten, dass die anderen ihn jetzt, dass er halt die beiden umbringt. Aber das kann das nicht, weil er war zu lange bei beiden, das geht gegen alles, wofür die Garde steht oder, oder, oder. Ist mir ein absolutes Rätsel, warum jetzt Olle Kurt da jetzt hier irgendwie mit dabei ist. Also verstehe ich nicht. Naja gut. So, wie nehmen wir jetzt eigentlich mit Afra? Wahrscheinlich eher nicht. Es ist prinzipiell wahrscheinlich nicht Vasco, sondern eher Siora. Ja Siora geht halt auch in den Nahkampf. Ich nehme mal, ich nehme mal Afra mit. Die kann uns mal rausschießen. Auch wenn die wahrscheinlich kommentartechnisch nicht so ideal ist. Ja, wenn die mal Afra mit einfach nur zur Abwechslung machen, ne. Und, ich weiß nicht, habe ich jetzt Zeit und ich habe keine Zeit, aber das Ding ist, dass Olle Konstantin jetzt krank ist, glaube ich, ist der Grund, warum es Reisezeit gibt, oder? Also, das sehen wir gleich. Das würde mir ganz schön stressigen, wenn du irgendwie 100 Tage hast. Und. Okay, wir sind absolut überlevelt. Okay, es sind, stellt sich heraus, dass die Groschen gerade eine, eine, eine Ansammlung von Weichflöten ist, die absolut nichts aushalt. Achso, wir müssen wahrscheinlich erstmal nach oben, oder? Aber vor allem die anderen Questen sollen nicht gescheitert, ne, die, also die können wir danach noch machen. Vor allem in anderen Städten macht die, macht die Groschen gerade auch die große Revolution. Also, wie alles sehr komisch. Äh. Ist, ich, ich muss das, ich verstehe das nicht so ganz mit der ganzen Geschichte, aber das ist, vor allem, wir hatten das ja eigentlich schon alles aufgeklärt. Vor allem, war Thorsten, ne, komm, war dann Thorsten war das, ne. So, äh. Wo ist er denn hin? Äh. Es hilft doch nicht, dass die Hälfte meiner Leute irgendwie so aussieht, als wäre die durchaus mit dabei im Team. Lord de Cossillon, the coin guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. Was only a question of time, before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all of this. Mäh. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Ja, was, 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 wie holt es das denn? Wie, wie, sie, er hat das, er hat das schon vorausgesehen, dass die Nähe zu so einer Macht, dass das so bringt, also das ist halt. Hä? Achso. Zu meiner Hilfe. Und Tod zu den anderen. Deppen. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie es dir erwartet haben, wie das hier läuft. Ja, ich sag mal so, aber Magie ist, glaube ich, ziemlich überpowered, ne. Wenn du halt nicht gegen einzelne Leute kämpfen musst, sondern die einfach nur weg auest, dann wird vieles irgendwie viel einfacher am Leben, sag ich mal. Achso, ich glaube, oh, was haben wir hier noch Schönes? Achso, das ist ja immer noch dieses Questing, was leuchtet, wo wir noch nicht so richtig wissen, was das ist. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall die ganzen Leute mit und retten die jetzt halt irgendwie. Es ist halt schon ein bisschen dumm, das Ganze, ne. Vor allen Dingen, die, die Händler-Kongregation verlässt sich ja komplett auf die Groschengarde, ne. Also, ich verstehe halt nicht so ganz, wie genau die das, das eigentlich, sich das eigentlich vorgestellt haben. To my health? Ich liebe es ja, wenn ein Typ noch Gras noch überlebt, weil auch wie weniger Schaden genommen hat als der Rest. Also, das ist wie dieses... Ich weiß nicht, das ist... Ja, trotzdem gar keine eigene Armee zu haben. Ich meine, das ist halt natürlich sehr passend zu einer... Hm? Achso, hier sind ja meine Begleiter, die hier rumstehen. Das ist die Horror und Petrus sollten eigentlich in der Lage sein, das hier allein zu halten. Das ist ganz komisch hier, ne. Sind jetzt hier neue, neue Wachen? Oh, ne, das sind immer noch alte Leichen. So, denn erstmal sorgt dafür, dass die Berater sicher ist. Wir haben anscheinend sowas wie ein Panic Room, wenn ich das hier richtig sehe. Wir können hier einfach in den Keller laufen. Äh. Die Musik ist auf jeden Fall sehr düster. Das kann mir so wie gerade alles ein bisschen... Ein bisschen alles ein bisschen sehr überraschend auf einmal, ne. Oh. Das ist zum Glück überhaupt nicht verritiert, dass die Hälfte... Also wirklich alle meine Leute sehen quasi aus wie Groschengarten, ne. Gerade Aphra, die jetzt das komplette Equipment hat, inklusive Helm und... Der Helm ist, glaube ich, von den... Von den anderen Typen. So. Ist das hier? Ist die Bibliothek in unserer Panic Room? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, doch, doch, ich muss hier hin. Hier gibt es nämlich auch nochmal so einen kleinen Nebenraum. Und der ist jetzt hier... We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Konstantin, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Konstantin. Someone sick who is dear to me and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go there. And cousin? Watch out for yourself. You are dear to me as well. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. Ah ja, ach so, ich muss die Lady Morange auch noch retten. Aber die ist irgendwie außerhalb der Stadt, ne? Wenn die nicht schon lange tot ist. Das ist das Prinzip hier. Das ist, ich meine, das ist die gesamte Stadtfache. Selbst wenn wir jetzt hier Erfolg haben, wer bewacht denn das Zeug? Ich meine, wir wissen bereits, dass es ziemlich viele Verbrecher gibt. Gerade wenn man nachts über die Straßen lang rennt, da rennen halt immer Leute umher. Also gut, ich meine, da wurde früher gesagt, dass die Groschengarde, wenn die Redelsführer und seine Leutnante tot sind, dann ist Ruhe. Aber wie genau funktioniert das? Also, was? Die kann ich nicht öffnen? Ach so. Ich muss den anderen Berater einfach nur abholen, oder was? Der ist hier im Nebenzimmer. Oder ist Lady Morange jetzt durch Zufall, aber sehe ich hier auch nicht. Hier ist doch eigentlich nur der... Jetzt muss ich nochmal in den Keller rennen. Ah, so in ihr dann. Okay, gut, das haben wir also... Wie kommt die denn her? Also, die Groschengarde ist wirklich nicht klug, ne? Aber sie fühlen sich sehr selbstig. Ich meine, sie könnten ja auch einfach alle hinter so einem umgedrehten Tisch mit der Waffe sitzen und einfach warten, bis wir rumkommen und einfach rumballern. Aber nee, sie machen sich das hier ja unnatürlich schwierig, ne? Ja gut, aber das lief ja jetzt ja eigentlich bis jetzt ganz gut, nur mit der ganzen Geschichte hier. Weil irgendwer muss da wohl sterben, oder? Sonst wäre das ja sehr... Die gute Lady Morange. Aber das würde halt irgendwo bestimmte Quäste halt auch kaputt machen, weil dann kannst du halt... Ohne sie kannst du halt die... Äh... Ich weiß jetzt, dass der Trigger kaputt ist. Aha, da ist er. Der Berater für diplomatische Angelegenheiten. Du bist hier sicher. Du hast meine eternale Gratitude, Excellency. Ja, ja. Ja, natürlich schuldig, aber mein Leben. Die Lady Morange ist auch auf der Liste von Leuten, die sollte, um ein Selbstständiger zu sein. In diesem Fall, wir sollten sie einmal finden. Sie ist sehr nahe zu dem Paläst. Und du musst einen Weg finden, um den Rest der Gouverneuren zu verhindern. Wir werden mit den Messungen am Norden- und Eastengate am Weg treffen, damit sie sofort nach Hikmet und San Mateus entfernen können. Ja, die putzen schon. Danke für uns, Kurt. Ohne dich, ich würde mir nicht vorstellen, was mit unserer Stadt passiert. Thorsten hat keine Ehre. Ich hatte keine Wahl, aber ihn zu stoppen. Er hatte keine Wahl als die Aufzeiten. Hat jetzt eigentlich Kurt eine andere Rüstung an? Oder hatte ja schon immer so eine komische schwarze Rüstung. Ah, nee, das ist genau die Rüstung, die er vorher schon anhatte. Na gut, also das ist genau die auszunehmen. Weil die Rüstung ist halt auch so schwarz, ne? Das sieht halt irgendwie auch aus wie die Attentäter-Rüstung vom Herrn. So, hier ist wieder laute Musik. Aber es ist ja weit in Breiten jemand, oder? Für Lady Morange ist doch bestimmt alles zu spät, oder wenn Sie nicht damit rechnen, ist sie ja schon lange tot. Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coinguard has decided to take control of the aisle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place where we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Ah ja, also sie hat Freunde, die sie verstecken. Na gut, das war ja relativ einfach. Ah, guck mal, hier, die Groschengrad ist da. Zu meiner Hilfe! Und die anderen! Ja, ne? Ah, da möchte man, der Situation möchte man auch nicht sein, ne? Dann denkst du, du bist hier gerade voll in der Überhand und kannst das krasse Attentat machen. Und dann kommt dieser Typ einfach an, zaubert kurz und wie ein bisschen in die Landschaft und... Kann ich, ich kann meine Rüstung tatsächlich nicht höher machen, als das, was sie gerade ist. Na gut. Ja, ja, Rüstung. Ah, da hinten ist ja die Garde. Psst. Oh, das ist schon all tot. Das geht doch so schnell. Das ist, das ist... Zack, all tot. Oh, ein brauner, ein brauner Brigantik, ne? Das ist, äh... Also, das ist, das ist die Groschengrade. Weiß ich ja nicht. Also, das ist meine persönliche Ein-Mann-Armee. Kann sich auch wenig aufhalten, ne? Ich finde, wir sind nicht nur... Wir sind nicht nur gute Wille. Ja, hallo, Boote. Echt? Das ist doch der... Der Boote-Fahrer... Ah, ja. Das ist, äh... Er meinte, er kann heute nicht die Stadt verlassen, weil sie waren schwer bewaffend und... Und haben gut bezahlt. Ja, wir sind das so charismatisch. Und so, ihr seid bereit, zu betrachten, euren Prinz und Land für ein paar Koinen. Don't you understand that the reason I am standing before you is because the Guard failed to take this city? Do you know the punishment reserve for traitors? I, äh... Very well, Excellency. I'll leave immediately. Ah, ja. Na bitte. So. Eiden überzeugt. Kommt noch der nächste hinzu. So, wir müssen auch noch die Kommandantenlanden töten, ne? Wenn, 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 wenn Thorsten noch hier ist, in der Stadt. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass jetzt hier das große Attentat kommt. Er darf jetzt den roten Totenkopf haben. Hey, da hab ich den Block. Wie gut, dass die ja nicht durch die Magie keine, keine Gliegmaßen verlieren. Dann stellen Sie sich mal vor, dass das, dass das halt so zerstörerisch wäre, dass die, dass die, dass die, die, die Körperteile oder so wegfliegen würden. Das wäre ein ganz anderes Spiel, ne? So, guten Tag, Herr Bote. Oh, er spricht irgendwo. Oh, er spricht irgendwo. Oh, er spricht irgendwo. Oh, er spricht irgendwo. Ah ja, also um den Startstreich aufzuhalten. Wir können jetzt verschiedene, wir müssen uns erstmal um Thorsten kümmern, der irgendwo oben ist. Und dann müssen wir anscheinend jetzt vier Lieutenants aufhalten. Na gut, aber wir betreten auf jeden Fall gleich erstmal die, äh, die Lieutenants kann man noch festnehmen. Also wir können uns erstmal reinschleichen und unauffällig sein. Äh, genau, das machen wir auch, weil wir haben ja offensichtlich jetzt genug, äh, Wachenuniformen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Wenn's denn, oh, hab ich überhaupt genug? Ein Major-Kragenwams. Uiuiuiuiui. Oh, der hat schon zwei Upgrades drauf. Schloss, ne, der hat gar keinen Schlosskorn, der hat einfach gar nichts. Also der, der würde, glaube ich, nochmal, der ist, glaube ich, nochmal ein Upgrade für Kurt, oder? Mann, der trägt den schon? Achso, das ist das gleiche Ding, was er schon trägt. Mit den gleichen Upgrades auch. Na super. Kann Apfer das Ding tragen? Ja, er kann sie tatsächlich. Aber ihr Guard-Offizier-Dings kann auch, das ist genau gleich mit den Upgrades. Oh, das ist, das ist lächerlich. Oh, und das Ding würde nochmal besser werden. Also die braune Brigantine wird besser als der legendäre Gegenstand? Das ist schon leicht lächerlich. Aber guck mal, jetzt kann sie immerhin, dann sieht sie zumindest nicht so doof aus. Dann machen wir, geben wir ja auch das Ding hier in die Hand. Naja gut, so viel dazu. Äh, mehr dazu beim nächsten Mal.